Angst vor extremen Gas- und Heizkostenabrechnung. Millionen Arbeitnehmer und Rentner mit durchschnittlichen Einkommen können sich Zuschuss vom Amt holen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Viele Menschen in Deutschland haben einfach nur noch Angst. Angst vor hohen Gas- und Heizkostenabrechnungen, die dann ab Oktober 2022 kommen werden. Vor allem diejenigen Menschen, die aufgrund ihrer monatlichen Einkünfte keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II, kennen Sie besser als Hartz IV, oder im Bereich SGB XII Grundsicherung haben werden. Diese Menschen, wir reden hier wirklich von Millionen Arbeitnehmern und Rentnern, die Einkünfte über dem Sozialhilfeniveau haben, werden die hohen Nachzahlungsforderungen schlichtweg nicht leisten können. Das Entlastungspaket III ist immer noch nicht da. Pure Verzweiflung und Existenzangst macht die Runde. Das ist kein Witz. Wir erleben das jeden Tag hier in unserer Kanzlei. Viele Anfragen kommen zu diesem Thema. Es gibt aber einen möglichen Ausweg, völlig legal und auch ohne Tricks und sogar von höchster Stelle dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales abgesegnet. Sie können auch als nicht berechtigter Leistungsempfänger von Hartz IV oder Grundsicherung einen Zuschuss zur Heizkosten- oder Gasabrechnung vom Amt haben oder sich einen solchen Zuschuss holen. Entweder als Arbeitnehmer beim Jobcenter oder als Rentenbezieher beim Grundsicherungsamt. Der für uns entscheidende Hinweis zur Rechtslage kam vom Verein Tacheles und zwar durch den Herrn Thome. Verein Tacheles ist bundesweit bekannt. Dieser Verein setzt sich wirklich seit vielen Jahren für Hartz IV Bezieher und auch für Grundsicherungsbezieher in vielerlei Hinsicht wunderbar ein. Danke Herr Thome für den tollen Hinweis. Viele von den hier angesprochenen Betroffenen können im Monat der Fälligkeit der Zahlung der Heiz- oder Betriebskosten nach Forderung einen sogenannten temporären Leistungsanspruch nach dem SGB II oder SGB XII haben. Das ist wirklich kein Witz. Viele von Ihnen wissen das einfach nicht. Und Sie müssen nur auf Folgendes achten. Wenn Sie die Heizkosten- oder Gasabrechnung bekommen, werden Sie sicherlich aus allen Wolken fallen. Aber Sie dürfen eins nicht machen. Sie dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern aktiv werden. Entscheidend ist der Monat der Zahlungsfälligkeit. Wenn Sie also im Oktober 2022 eine Heizkostenabrechnung von Ihrem Vermieter erhalten, zum Beispiel eine Nachforderung für das Jahr 2021 in Höhe von 1000 Euro mit einer Zahlungsfrist bis zum 30.11.2022, dann müssen Sie im Monat der Fälligkeit, also im Monat November 2022, einen Antrag auf Zuschuss beim Jobcenter oder beim Grundsicherungsamt stellen. Bitte vereinbaren Sie deshalb mit dem Vermieter oder dem Energieversorger unbedingt keine Ratenzahlung und lassen sich auch nicht auf höhere Abschläge ein. Zumindest nicht in dem Monat, in dem die Betriebskosten-Nachforderungen, Heizkosten-Nachforderungen oder Gas-Nachforderungen fällig werden. Das wird sogar vom Jobcenter Hamburg so dringend empfohlen. Wenn Sie im Rahmen Ihres Antrags für den Monat November 2022 einen Anspruch auf Leistung nach dem SGB II oder Grundsicherung für Rentner ergeben sollte, so wird das Jobcenter oder das Grundsicherungsamt Teile der Heizkosten, Nachforderungen oder Gasrechnung übernehmen. Wir haben auf Rentenbescheid24.de eine entsprechende Modellrechnung mal veröffentlicht. Bei Leistungsanträgen bis zum 31.12.2022 gilt im Übrigen ein nicht zu berücksichtigendes Schonvermögen bis zu 60.000 Euro für Alleinstehende. Geld, was das Grundsicherungsamt bei Leistungsanträgen von Rentnern nicht berücksichtigen darf. Der temporäre Leistungsanspruch ist höchstrichterlich durch das Bundessozialgericht bestätigt worden. Ich kann Sie wirklich nur alle bitten, keine falsche Scham und Angst, wenn die Heizkostennachforderung kommt, aktiv werden, handeln und einen Antrag beim Amt stellen. Der Staat soll Ihnen ruhig einen entsprechenden Zuschuss zahlen. Denn Sie können nichts dafür, dass die Kosten so hoch werden und Sie auf einmal für einen Monat Leistungsbezieher von Hartz IV oder Sozialhilfe werden. Temporärer Leistungsanspruch. Obwohl Sie ansonsten aufgrund der Höhe Ihrer Einkünfte gar keinen solchen Anspruch hätten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel